Herzlich Willkommen zurück in Seven Days to Die. Ich bin immer noch am Stracks wegräumen und dann wollte ich nämlich noch ein bisschen medizinischen Ramm zusammenwürfeln. Dann tun wir woanders hin. Rüber rein tun. Da rein. Die Funktion, da kommt die Fülle mit dazu. So, das habe ich schon mal einen Eimer gemacht. Werde ich jetzt gleich an den Wasserturm füllen. Deswegen ist es ruhig mal darüber. Ich habe momentan ein paar zu viel. So, genau. Jetzt gehen wir uns mit dem Eimer los. Wir haben aber erst noch eine Stelle, wo wir das hinmachen mit Wasser. Ich möchte es nicht allzu weit weg tun. Dann machen wir uns ein paar Ramp Frames. Na klar, wie gesagt, zwei. Ich habe gar nicht mehr rum. Dann gehen wir uns mit Wasser. Amen. Das muss man hier sein. Dann gehen wir uns mit Wasser. Aber jetzt kommen wir dann noch ran. Kann ich nicht. So. Moment. Können wir ja testen. Wenn ich hier stehe, komme ich da ran. Doch. Könnte man rankommen. Nee, kommen wir nicht ran. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020